Ihr wisst welche Zeit jetzt ist! Es ist! Und damit hallo und herzlich willkommen ich bin's wie immer euer Zane und heute werde ich euch die Frage beantworten, wann und wie wird Trafalgar Law sterben? Denn seit uns Law und die Opio Opinomie in der Story vorgestellt worden sind, hängt über ihm so ein gewisses Damoklesschwert, denn die Community fragt sich nun schon seit längerem so wie ich auch, wann würde die Eternal Youth Surgery durchführen und für wen wird er sich dabei Opfern? Vergleichen wir mal Law mit dem bisher größten Tod in One Piece und zwar Puma die Ace. Viele Fans bedauern den Tod, jedoch war es storytechnisch von Relevanz, denn wenn Ace Marineford überlebt hätte, welche Rolle würde er dann jetzt in One Piece noch spielen? Im Grunde nichts mehr als einen weiteren Verbündeten von Ruffy. Mit seinem Tod hat Ace aber eine gewisse Tiefe bekommen, sein Charakter war einfach in der Story vollendet. Und dementsprechend war es Zeit für ihn zu gehen. So ähnlich ist es im Grunde auch bei Law, sein Ziel war es ja eigentlich Rosinante zu rächen und Doflamingo zu besiegen und genau das hat er ja auf Dressrosa vollendet. Doch was ist nun Laws Relevanz in der ganzen Story, er ist im Grunde auch nichts anderes als einfach nur ein weiterer Verbündeter von Ruffy. Jedoch gibt seine Teufelsfrucht die Op-Op-Nomie mit ihrer speziellen Fähigkeit der Eternal Youth Surgery eben einen gewissen anderen Storybogen, denn er ist immer noch dazu da, um sich irgendwann für einen Charakter zu opfern. Denn letzten Endes hätte Oda diese Fähigkeit nicht in der Story vorgestellt, wenn sie nicht auch irgendwann mal von Relevanz wäre. Doch für wen wird sich Law denn letzten Endes opfern? Die Antwort scheint im Grunde eigentlich logisch, fast schon wirklich komplett klar. Denn viele sind der Überzeugung, dass Law Ruffy rettet mit der Eternal Youth Surgery. Denn immerhin ist Ruffys Leben bereits drastisch verkürzt. In Ennis Lobby sagte Rabluci zu ihm, wenn er noch weiter die Gierformen einsetzen würde, würde seine Lebensspanne noch weiter fallen. Und dann haben wir ja immer noch Emporio Ivankov, der ihm ja die Hormone reingespritzt hat, als er eben von Magellan und seiner Teufelsfrucht vergiftet wurde. Und Emporio Ivankov selber sagte, dass eben mit dieser Hormontherapie Ruffys Lebenszeit auch immer noch weiter verkürzt wird. Da klingt es natürlich logisch, dass sich Law also irgendwann für Ruffy den Protagonisten opfern wird, um ihn zu retten. An sich auch eine wirklich gute Theorie. Jedoch wäre dieses Video hier ja ein wenig langweilig, wenn es so enden würde, oder nicht? Deshalb komme ich euch mit einer ganz anderen Idee. Zudem bezweifle ich auch ein wenig, dass Ruffy wirklich ewige Jugend haben möchte oder dass er das überhaupt letzten Endes annehmen möchte. Natürlich kann man sagen, ja wenn Oda er Storytechnisch so schreibt, dass er halt fast kaputt ist und eh nichts mehr sagen kann oder gar nicht widersprechen kann, dann würde Law diese Fähigkeit einsetzen können, ohne dass Ruffy es eigentlich wollen würde. Aber wollen wir uns wirklich einen Ruffy vorstellen, der ewig jung bleibt? Ich im Grunde nicht um ehrlich zu sein. Aktuell in Wano Kuni haben wir ja das Thema, dass Momonosuke sich hat altern lassen mit Hilfe von Shinobu's Reifefrucht. So ist er jetzt 28 Jahre alt und denkt er könnte somit gegen Kaido antreten. Einen Aspekt den aber viele vergessen haben ist, dass sich dieser Alterungsprozess nicht stoppen lässt. Momonosuke würde jetzt im Laufe des Wano Kuni Arks immer und immer älter werden. Als Shinobu die Technik anwandte um Kaidos Borobreath auszuweichen, indem sie den Boden reifen und verrotten ließ, versanken die Strohhüte immer weiter nach unten, weil der Boden immer weiter verrottete. Dies beweist, dass Shinobu's Kraft nicht nur einen kurzen Effekt hat, sondern permanent etwas oder jemanden altern lässt. Dies bedeutet, dass Momonosuke im weiteren Verlaufe des Wano Kuni Arks immer und immer älter wird. Zugleich heißt es aber eben auch, dass seine Lebensspanne deutlich verkürzt ist, da er nicht mehr normal altert. Das hat also zur Folge, dass Momonosuke eigentlich relativ früh sterben würde. Doch wenn Momonosuke sterben würde, wäre das Story technisch ein wenig blöd. Denn wer sollte am Ende Wano Kuni regieren? Hiyori möglicherweise? Einen Charakter der bisher noch nicht von Belangen war in der Story? Lässt Oda Momonosuke wirklich einen so tragischen Tod sterben? Ich denke nicht, denn Momonosukes Ziel war es, der Shogun von Wano Kuni zu werden und ich denke, dass Oda ihn diesen Traum erfüllen wird. Doch das heißt dann irgendwie ja, dass Momonosuke überleben muss. Doch wie kann man das schaffen, die einzige Kraft in One Piece, die dazu in der Lage ist den Alterungsprozess zu stoppen, wäre die Opopenomie mit der Eternal Youth Surgery oder eben zu deutsch die Operation der ewigen Jugend, denn etwas was ewig jung ist, kann ja dementsprechend nicht altern. Somit würde wohl die Opopenomie die Kraft der Reifefrucht stoppen, es würde sie komplett negieren, da die Opopenomie die ultimative Teufelsfrucht ist, dementsprechend wahrscheinlich einfach auch stärker ist, als eben die Reifefrucht. Zudem wenn wir es rein storytechnisch betrachten, der Tod Momonosukes würde in den Lesern große Emotionen auslösen, da die meisten Momonosuke eben immer noch als Kind sehen und wer möchte schon ein Kind in einem Manga sterben sehen. Aber da kommt dann am Ende eben die heldenhafte Rettung von Trafalgar Law. Zudem wäre es eine gewisse Parallele zu Rosinante, dem Menschen dem Law letzten Endes am wichtigsten ist. Denn Rosinante hat sein Leben geopfert, um Law als Kind zu retten. Und nun opfert Law sein Leben, um Momonosuke das Kind, was er ja eigentlich noch ist, ebenfalls zu retten. Was haltet ihr von dieser Theorie? Schreibt mir eure Meinung mal unten in die Kommentare. Wenn ihr gegen diese Theorie seid, dann schreibt mir doch einfach mal, was denkt denn ihr? Für wen wird Law letzten Endes die Eternal Youth Surgery einsetzen, wenn nicht für Momonosuke? Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, denn nach wie vor sind wir immer noch auf der Road to 1000, jetzt fehlen uns genau noch 40 Abonnenten und wir haben die legendäre Marke von 1000 Abonnenten erreicht. Ich hoffe ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Time to Nerds! Ciao! 8Hier Am初 Am初 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018